Der SSV Ulm 1846 ist ein Sportverein aus der schwäbischen Stadt Ulm. Er ist mit 9.500 Mitgliedern der drittgrößte Sportverein Baden-Württembergs. Die Vereinsfarben des im Volksmund die Spatzen genannten Klubs sind die Stadtfarben schwarz und weiß. Bekannt wurde der Verein vor allem durch seine bis 2009 bestehende Fußballabteilung. Deren erste Mannschaft in der Saison 1999 zweitausendstel der Bundesliga angehörte. Die Fußballsparte wurde 2009 aus dem Hauptverein ausgegliedert und tritt seitdem als eigenständiger Verein SSV Ulm 1846 Fußball auf. Neben den Fußballern spielten in der Vergangenheit auch die Basketballherren sowie die Volleyballfrauen des Vereins in der jeweils höchsten Spielklasse. Der bisherige Höhepunkt des Vereins war die Saison 1999 0-0 als mit den Fußballern. Der Volleyballmannschaft der Frauen und den Basketballern von Ratio Farm Ulm drei Mannschaften gleichzeitig in einer ersten Liga spielten. Der SSV Ulm 1846 deckt in insgesamt 25 Abteilungen alle gängigen Sportarten des breiten Sports ab. Geschichte Die Vorgeschichte des SSV Ulm 1846 ist die Geschichte von Trennungen und Vereinigungen. TSG Ulm 1846 Die TSG Ulm 1846 ging auf die Törngemeinde Ulm, die im Jahr 1846 als erster Turnverein der Stadt entstanden war und sich 1860 in Thunabund 1846 Ulm umbenannte, zurück. Bereits in der Anfangszeit gab es innerhalb des Vereins Auseinandersetzungen in Bezug auf die Ideologie und die soziale Struktur. Dies führte dazu, dass Kaufleute, Offiziere und höhere königlich-württembergische Beamte in der Törngemeinde verblieben und die Handwerker, Gesellen, Angestellten sowie die niedrigen Soldatendienstgrade den Turnverein Ulm gründeten, der sich 1852 und 1856 abspaltete, wieder vereinigte und sich 1868 endgültig verselbstständigte. Am 16. August 1939 schlossen sich der Ulmer FV 1894, der Turnabund 1846 Ulm, der Turnverein 1868 Ulm sowie der 1920 durch Fusion der Vereine Germania Ulm und Ulmer Ulm entstandene Sportvereinigung 1889 Ulm zur Turn und Sportgemeinde Ulm 1846 zusammen, um in der Stadt einen schlagkräftigen Sportverein herzustellen. Wegen des kurz darauf ausbrechenden Zweiten Weltkriegs war ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb schon bald nicht mehr möglich. Bei den württembergischen Turn, Spiel- und Leichtathletikmeisterschaften in der Ulmer Friedrichsau musste der Spielbetrieb 1943 wegen eines Fliegerangriffs unterbrochen werden. 1922 spaltete sich die Schwimmabteilung des TB Ulm als erste Schwimmverein Ulm vom Restverein ab. Am 12. Oktober 1928 trat der zuvor aus dem TV Ulm ausgetretene Sportverein Schwaben dem 1. SV Ulm bei Der SSV Ulm 1846 bildete sich am 5. Mai 1970 aus den beiden größten Ulmer Sportvereinen, der Turn- und Sportgemeinde Ulm 1846 und dem 1. Schwimm- und Sportverein Ulm. Nach dem Zusammenschluss war der SSV Ulm 1846 mit über 8300 Mitgliedern der größte deutsche Verein. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stimmten am 20. Januar 2009 die Mitglieder einstimmig für die Ausgliederung der gesamten Fußballabteilung aus dem Hauptverein. Dies war eine zwingende Voraussetzung für das Sanierungsprogramm des hochverschuldeten Vereins. Präsident des neuen eigenständigen Vereins SSV Ulm 1846 Fußball wurde Renemig. Sportabteilungen Die Basketballabteilung des SSV Ulm 1846 ging aus der Abteilung des 1. SSV hervor, dessen Basketballmannschaft erstmals 1957 am Punktspielbetrieb teilgenommen hatte. Zwischen 1986 und 1988 schaffte die Herrenmannschaft den Durchmarsch aus der damals drittklassigen Regionalliga in die höchste Spielklasse. Basketball-Bundesliga, der sie bis 2001 angehörte und dabei 1996 deutscher Pokalsieger und in der Saison 1997 98. Wiesemeister werden konnte. Nach dem Abstieg 2001 musste Insolvenz angemeldet werden. Daraufhin wurde eine eigene Spielbetriebsgesellschaft als GmbH unter dem Namen Ratio Farm Ulm gegründet, die schließlich 2006 die Rückkehr in die höchste Spielklasse erreichte. Dazu musste allerdings der damalige Austragungsort für Heimspiele des Teams, die Ulmer Kuhberghalle, gemäß den Statuten der BBL von 2000 auf 3000 Plätze ausgebaut werden. Im Dezember 2011, also während der Spielzeit 2011-12, zog die Mannschaft in die neu entstandene Multifunktionshalle Ratio Farm Arena in Neu-Ulm um. Das Nachwuchsteam des SSV Ulm 1846 spielt als Basketball-Akademie Ulm in der Division Süd der Nachwuchs Basketball-Bundesliga. Die größten Erfolge 1996 deutscher Pokalsieger 1998 deutscher Wiesemeister 2012 deutscher Wiesemeister als Ratio Farm Ulm Auch im Frauenvolleyball war der SSV Ulm 1846 sehr erfolgreich. Bis 2004 spielte die erste Frauenmannschaft unter dem Namen SSV Ulm-Ala-Ude-Fama noch in der 1. Bundesliga. Im Mai 2003 wurde sie deutscher Meister und holte damit das Dabbel, nachdem sie zuvor auch Pokalsieger geworden war. Bekannte Sportlerinnen Tanja Hart, ehemalige Nationalspielerin Sabrina Ross, ehemalige Nationalspielerin Birgit Thum, ehemalige Nationalspielerin Verena VEH, ehemalige Nationalspielerin Alice Lefering, ehemalige Nationalspielerin Die größten Erfolge 2003 deutscher Volleyballmeister und DVV-Pokalsieger der Frauenuntertrainer Matthias Eichinger Die erste Herrenmannschaft im Hockey spielt in der 1. Regionalliga Süd- bzw. in der Oberliga Baden-Württemberg die 1. Damen in der Oberliga Baden-Württemberg Die Hockeyabteilung des SSV Ulm 1846 hat ca. 430 Mitglieder. Am aktiven Spielbetrieb nehmen zwei Damen, zwei Herren, zahlreiche Jugendmannschaften, ein Senioren- und ein Elternhockey-Team sowie zwei Fun-Hockey-Mannschaften teil. Ulm ist Austragungsort beliebter Feld- und Hallenhockey-Turniere. Mitglieder des Vereins gründeten eine eigene Sektion des Deutschen Alpenvereins e.V. Dort sind alle Spielarten des Alpinsports vertreten, z.B. Bergwandern, Klettern, Skitouren gehen, Mountainbiken. Es gibt in Kooperation mit anderen Ulmer Alpenvereinssektionen eine Jugendabteilung. Der DVSSV Ulm 1846 e.V. ist heute ein eigenständiger Verein mit zusätzlichen Ortsgruppen in Laupalm und Ingen. Die Leichtathletik- und Schwimmabteilungen bringen immer wieder Talente hervor, die bei Landes- und Bundeswettbewerben erfolgreich sind. Bekannte Sportler Ralf Leberer, Leichtathlet Arthur Abele, Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Die Tanzsportabteilung umfasst etwa 200 Mitglieder und bietet ein reichhaltiges Programm für Tanzsportler jeden Alters- und jeder Leistungsstufe. Sie ist Mitglied im Deutschen Tanzsportverband sowie im Tanzsportverband Baden-Württemberg. Es finden sich neben mehreren breiten Sportgruppen einige Trainingsgruppen. Die Tanzsport mit leistungssportlichem Anspruch betreiben. Mit einer breiten Aufstellung deckt die Tanzsportabteilung dabei alle Leistungsstufen von der D-Klasse bis hin zur höchsten Amateurklasse, der S-Klasse, ab. Momentan besitzt die Tanzsportabteilung 15 aktive Tanzpaare aus der Standard- und Latin-Sektion. Sportanlagen Der Verein besitzt ein eigenes Hallen- und Freibad sowie eine Tennisplatzanlage und ein Fitnesszentrum, welche sich alle am Stadion befinden. Die Nutzung dieser Anlagen ist für Mitglieder in der Regel kostenlos. In den Sommermonaten wird das Freibadgelände im Rahmen des Donauflimmern zusätzlich als Open-Air-Kino genutzt. bis zum nächsten Mal von der Dank. Vielen Dank.